Bis ein Rover auf dem Mars Landwirtschaft betreiben kann, wird es noch dauern. Auf der Erde ist man weiter. Denn an der Uni Freiburg ist der Bornirob unterwegs. Der Bornirob ist ein Roboter für die Landwirtschaft. Er nimmt Bauern die Feldarbeit ab. Alexander Schäfer promoviert über den Bornirob. Der Bornirob ist dazu gedacht, Pflanzen sowohl zu beobachten, als auch Dünger auszubringen und Unkräuter zu vernichten. Das heißt, er fährt regelmäßig übers Feld, schaut sich einzelne Pflanzen an mit unserer ganzen Armada von Sensorik, die wir haben, zeichnet für jede Pflanze den Wachstumszustand auf, den Mineralstoffgehalt in den Blättern, ob die Pflanze Dünger braucht, ob die Pflanze von Unkräutern überwachsen ist und führt dann automatisch die entsprechenden Aktionen aus, sprich Düngen oder Unkraut vernichten. Unkraut umweltverträglich unschädlich zu machen, ist eine Spezialität des Bornirobs. Statt Chemikalien kommt moderne Technik zum Einsatz. Der Bornirob erkennt Unkraut mit Hilfe von zwei Kameras, die sowohl das Sichtbare als auch Teile des unsichtbaren Lichtspektrums aufnehmen. Auf diesen Bildern lassen wir Bildklassifizierungsverfahren laufen, die dann sagen, hier ist ein Unkraut, hier ist Erdboden, hier sind Nutzpflanzen. Wenn der Bornirob zum Acker fährt, sind für ihn Steine und Unebenheiten kein Hindernis. Wichtig ist nur, dass der Boden fest genug ist, damit der über eine Tonne schwere Superroboter nicht einsinken kann. Mithilfe einer Aufklärungsdrohne und lasergesteuerten Sensoren findet der Bornirob seinen Einsatzort auf dem Feld. Ob darauf Brokkoli, Lauch oder Zuckerrüben wachsen, ist egal. Wichtig ist nur, dass die Pflanzen nicht zu hoch stehen. Der Bornirob kann zwar die Beine spreizen, sie in die Höhe ausfahren kann er nicht. Durch die Kameraaugen sehen Nutzpflanzen grün und Unkräuter rot aus. Mit großer Wuchtrammen, Metallbolzen und Kraut für Unkraut in den Boden. Das verschafft den Nutzpflanzen einen Wachstumsvorteil und macht Spritzmittel überflüssig. Auch größeren Unkräutern macht der Bornirob den Garaus und wenn sie direkt neben einer Nutzpflanze wachsen. Wichtigste Aufgabe für die Forschenden in Freiburg ist, das Navigationssystem des Bornirobs einzurichten. Angestrebt ist, dass er allein von seinem Depot aufs Feld fährt, seine Arbeit macht und dann auch wieder selbstständig zurückkehrt. Der Bornirob ist mit einem Elektro- und einem Verbrennungsmotor ausgerüstet. Damit kann er problemlos einen 10-Stunden-Tag durchhalten. Der Superroboter ist Teil eines europäischen Projekts namens Flourish. Auf Feldern in der Nähe von Rom wird er im Herbst vor Publikum seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Und dann geht es daran, Partner für einen Markteintritt zu finden. Untertitelung im Auftrag des ZDF. Untertitelung des ZDF, 2020